Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Es ist Sonntag, wie angekündigt, ein neues Early Access Projekt. Core Keeper. So, wir starten mal. Ich habe nicht reingeschaut. Das einzige, was ich faszinierenderweise gefunden habe. Englisch, wir werden es umstellen. Wir spielen heute. Nein. Nein. Wir lassen es auf Englisch. Start Game. Okay, World Slots. Okay. Ziemlich viele World Slots. 30. 30 Mal World. Yeah. Gut, wir bleiben bei 1. Ähm. Ja. Super. Oder... Fighters Welt. Done. Charakter. Ah, Charakter. Charakter Type. Standard, Hardcore, Standard, Hardcore. Standard. Standard Charakter. Okay. Okay. Da fängt es auf vorgeschlagende Weg. Oh. Ein Traveller. Explorer. Running Skill. Smart Anton. Ja. Was haben wir da noch? Oh. Eine Pickaxe. Copper Sword. Koch. Oh. Ein Gardener. Wie süß. Mit grünen Fingern. Hat Weitraut grüne Fingern. Ja. Weitraut hat grüne Finger. So. Was haben wir da? Oh. Wir nehmen das. Skin. Na, passt so. Haare. Okay. Ja, genau so. Okay. Haarfarbe. Okay. Ach komm. So. Ähm. Augenfarbe. Grün. Shirt. Ja. Ja, grün. Die Hosen. Geht das noch ein wenig? Ja. Passend zu den Haaren. Background. Gardening Skill. Ist das gut? Ähm. Nomade. Gar nichts. Super. Mhm. Explorer. Miner. Miner. Kochen. Keine Ahnung. Ich habe nur gehört. Man muss ja alles machen. Da ist es sinnvoll. Hier. Nomade. Aber mit allen Möglichkeiten. Wir machen jetzt Explorer. Oder? Ja. Wir sind Explorer. Done. Yeah. Und jetzt? Wo starten wir? Wo starten wir, meine Lieben? Okay. An einem Ort. Weit weg. Von. Überall anders. Explorer. Also. Ein Weg. Ein Weg. Durch den Wald. Strange. Oh. Dieses Ding rechts zwischen den Bäumen. Oh nein. Oh nein. Es zieht uns hinein. Tatsächlich. Deswegen, liebe Kinder. Niemals einfach so irgendetwas angreifen. Was herumliegt. Gar nichts. So. Was haben wir da? Okay. Das Portal. Weitraut. Yeah. Wir sind da. Super. Und jetzt? Genau das Fragezeichen. Okay. Eine Laterne. Was mache ich mit der? Kann ich die benutzen? Ich kann mit ihr schlagen. Oh. Okay. New Item. Wood. Wow. Pickaxe. Wood pickaxe. Okay. Wir brauchen noch mehr Holz. Gut. Das holen wir. Und was sind das? Power is down. Okay. Wir brauchen Holz. Gut. Power is down. Wie war das jetzt? Äh. Pickaxe. Oh. Eine Pickaxe. Can be equipped an offhand. Yeah. Aber Fackeln? Wechsel up. Offhand slot. Oh. Wie cool. Yeah. Ist das cool. Skills. Es gibt Skills. Hm. Charakter. Yeah. So. Was haben wir da? Health. Oh. Food. Wir haben Hunger. Oh. Ist das cool. Yeah. Pilze. Was macht ein Pilz so? Hier. Food. Okay. Auch was? Einfach mal gegen Wände schlagen. Da glitzert's. Wahrscheinlich kann man hier auch schön mit dem Mausrad dagegen. Ist das gut? Ist das richtig? Ist es wichtig? Ich weiß es nicht. Wir graben einfach mal. Vielleicht sollten wir doch aber Fackeln aufstehen, dass wir den Weg zurück wiederfinden. Ah. Bloß eins Mining. Yeah. So. Wir haben schon 10 Dreck. Yeah. Ähnlich wollte ich zum Glitzer. Bin ganz am Licht. Ich glaube ich würde Fackeln aufstellen. So. Fackeln. Was war das? Runsy. Okay. Oh wie cool. Das ist nice. Okay. Dann schauen wir mal. Wie nehmen wir das ganze Holz mit? Okay. Ich finde das toll, wie die gelooteten Sachen uns verfolgen. Nachlaufen. Finde ich witzig. Witzige Idee. Ja. Mit der Fackel kann man auch Erde abbauen. Aber ich glaube mit dem wesentlich besser. So. Wir kriegen Skills dazu. Wahnsinn. Der Burner. So. Dann schauen wir. Was wir jetzt mit den Sachen, die wir gefunden und gelootet haben. Alles machen können. So. Da stehen wir auch eine auf. Da stehen wir auch eine auf. Oh. Pülze. Pülze. Oh. Da glitzert es auch. Ich will den Glitzer. Bring den Glitzer nach Hause. Oh. Da ist ja noch mehr Holz. Das nehmen wir gleich mit. Ich brauche Holz. Hm. Gut gemacht, Weitraut. Gut gemacht. So. Da würde ich mal sagen. Es ist überall Licht. Bloß eins Running. Habe ich da gerade was gehört? Da oben glitzert es doch. Ich will dir erzählen, wie machen wir das am besten. Und jetzt da rüber. So. Jetzt sind wir fast da. Jetzt dachte ich schon, der Glitzer hört auf. Nö. Aber die Axt ist bald kaputt. Was ist es? Oh. Kopperohr. Kopper. Okay. So. Wir haben Kopperohr. Yeah. Kopperohr. Und was ist das da unten? Da geht es weiter? Nö. Nicht wirklich. Gut. Wir haben Kopperohr. So. Was können wir bauen? Was können wir machen? Und wie kann ich die Spitzhacke verbessern? Das ist eine Workbench. Natürlich. Eine Workbench. Wie platziere ich die? Was kommt da nach unten? Kopper. Bam. So. Workbench. Will ich haben. Hier. Okay. Ah. Guck an. Oh. Böden. Wände. Brücken. Sehr gut. Und eine Kiste. Ein Furnaze. Naja. Dann werden wir mal Ferners hier platzieren. So. Kann man das Kopper jetzt einschmelzen? Ich will das haben. Nö. Gut. Hier. Bam. Oh ja. Super. Das ist gut. Da unten glitzert es auch. Da will ich hin. So. Jetzt hat es aufgehört zu glitzern. Nein. Da glitzert es auch. Oh. Die Spitzhacke ist kaputt. Okay. Wir können mit der kaputten Spitzhacke trotzdem weiter. Okay. Ja. Dann machen wir das. Inzwischen sammeln wir einfach ganz viel Dreck. Gehen wir da noch eins weiter. Da platzieren wir eine Fackel. Hier die. Bam. Super. So. Eine haben wir noch. Die stelle ich da hier. In die Ecke. Da. 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 Oh yeah. So. Was machen wir mit den Zweckopper? For Blacks. Ja. Schauen wir mal. Was kann man noch machen? Ich will das. Reparieren. Ja. Wir können es wegwerfen. Ich hätte aber gerne. Hier. Amor. Hm. Copper Big Hacks. Machen wir uns die. Okay. Kann man die noch reparieren? Die Teile hier? Repair Station. Wir brauchen Copper Bar. Wir brauchen Copper Bar. Copper Bar. Okay. Wir bauen uns noch ein paar Fackeln. So. Auf der Suche nach Copper. Schwert hätte ich dann auch gern. Ich glaube. Ah. Ah. Da. Da glitzert es. Super. Findet man da noch Copper? Oder? Ich glaube nein. Oh. Die Copper Axt. Die ist super. Die ist super. Ein neues Talent. Mhm. Schauen wir gleich mal nach. So. Währenddessen können wir da in den Running. Können wir da in den Fulnern. Nahtze gleich mal das einwerfen. Hier. Bam. So. Talente. Wo war das? Hier. Nein. Doch. Ja. Skills. Man kann jeden Skippen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich bin gerade ganz heftig. Heftig. Super. Das dachte ich mir nicht, dass das so weit geht. Okay. Ich habe irgendwas platschen gehört. Räume ich meine Sachen weg? Oder? Nö. Wir haben noch Platz im Inventar. Noch nichts wegräumen. Wer weiß, was wir machen damit. Sowieso ist das hier grün. Grün. Okay. Das war nur kurz grün. So. Da sehe ich aber auch nirgends irgendwas Glitzerndes. Und wir brauchen was Glitzerndes, weil das Glitzernde ist Copper. Copper, Copper. Da sehe ich was Glitzerndes. So. Ich würde aber gerne nicht gleich direkt. Aha. Eine Höhle. So. Sondern so einen Umweg hier. Ich habe das jetzt mit der Fackel zerstört. Das Teil da. Ja. Copper geht schneller. Ich weiß ja nicht, wo man das ganze Copper dann herkriegt. Ich befürchte halt, Copper ist endlich. Oder gibt es irgendwie Spawn? Keiner weiß es. Copper. Jetzt kramen wir uns einfach bis da drüben. Einfach so. Läuft. Da ist auch so grün. An manchen Stellen so grün. So. Ja, aber weiter in die Richtung einfach nur so graben? Wir machen Strip Mining. Plus eins Mining. Nö, bitte. Gewonnen. Nö. Oh, da hinten glitzert es. Da. Oben. Ob man da noch mehr Copper finden. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall wird die Axt bald. Wasser. Es ist Wasser. Mit Blumen. Blumenwasser. Was ist das? Okay. Das ist kein Kupfer. Bombe. Pepper Seed. Spicy. Okay. Was ist das? Bombe. Okay. Okay. Da. Oh, eine Herzbeere. Leuchttulken ist ja cool. Was es alles gibt. Warum ist das nicht grün? Das schon grün? Okay. Wir werden das alles noch herausfinden. Lassen wir die mal stehen jetzt. Super. Da glitzert es doch. Ist halt die Farbe. So, wir gehen mal auf die Map. Oh. Ganz schön weit weg schon. Das ist so grün alles. Okay. Ich würde... Oh. Noch mehr Holz. Ist das cool. Wir haben wieder Kopper gefunden. Kopper gefunden. Können wir ähnlich mit einer Schaufel... Aber wo war das? Können wir runterlegen? Hier. Samen. Ja. Können wir ähnlich mit einer Schaufel hier... Graben? Nö. Was jetzt passiert? Was ist das? Okay, wir haben Schleim gefunden. Yeah. Kann weiter verarbeiten werden. Das freut mich. Und da ist ja noch mehr Schleim. Lass ihn uns verarbeiten. Oh. Da war auch noch. So. Schleim. Schleim. Yeah. Oh. Was ist das? Fiber. Schleim. Oh. Da haben wir aber schöne Sachen gefunden hier. Ziehenohr. Oh. Hat sich richtig ausgezahlt hier. Oh. Die Loothöhle. Wir haben sogar Gewand gefunden. I should eat something. Ja. Ich bin bei dir. Wie machen wir das? Okay. 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 Ich glaube, wir sollten irgendwas anpflanzen. Damit wir in Zukunft auch... Okay. So. Da glitzert es doch auch wieder. Oh, Pilze. Auf den Punkt. Auf den Punkt. Was ist das? Kurz mal auf die Matte. Okay. So. Wir haben hier Schleim. Nein. Oh. 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 Das macht Auer. Oh. Das macht Auer. Oh. Okay. Schleim. Ich habe nämlich festgestellt, wenn man da draufsteigt, hier, minus 50% Movement. Was sind diese Riesendinger da? Klingt nach Erdbeben. Schleim, Schleim, Schleim. Okay. Coole Sachen. Inventar. Wow. Wir können das natürlich... Oh. Dodge Chance. Oh ja. Oh ja. So. Und irgendwo war noch ein Hut. Hier. Hut. Yeah. Oh. Was haben wir denn da? Inventory. Yeah. Yeah. So. Sollten wir zurückgehen? Kurzer Blick auf die Uhr. Ja. Wir sollten zurückgehen. Moment. Wir platzieren hier einfach noch Fackeln. Yeah. So. Was auch immer Riesiges da hinten ist. Ich glaube, es ist dort oben. So. So. Da haben wir schon. Dann mal hier. Das lassen wir da stehen. Was doch nett. So. Und hier waren wir. Wir gehen auf der anderen Seite wieder in die Base. To the Base. To the Base. Und ich würde mal sagen, wir haben ziemlich erfolgreich Sachen gefunden. Ob uns das jetzt weiterhilft oder nicht, sagt uns dann das Licht. So. Ab da rein mal. Ja. Ja. Kopperbar. Wir werden jetzt gleich Kopper schmelzen. Yeah. Kopper. 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 Hier. So. Mach mal da. Wir haben einen Wachen. Yeah. So. Gab es hier nicht die Möglichkeit, irgendwie das will ich unbedingt bauen? Mit fünf Kopper? Aber da können wir dann broken Sachen wieder reparieren. Was wichtig ist, glaube ich. Och. Wir haben acht Schleim. Mechanical Parts. Ah. Maschinenteile. Moment. Hat er hier nicht? Was ist das? Okay. Und hier? The Hive Mother. Okay. Und hier? Devorah. Mhm. Klingt nach Spaß. So. Was haben wir da drinnen? Oh. Ja. Oh. Ja. Oh. Ja. Dann probieren wir jetzt noch. Erste Folge dieses Teil hier. Oh. Oh. Das will ich auch haben. Für Landwirtschaft. Cooking Pot. Oh. Ja. Aber wir müssen irgendwo. Müssen wir anfangen. Meine Lieben. Irgendwo. Wir hätten hier. Könnten wir aber sogar. Moment. Hier. Und das kann man das. auch reinlegen. So. Und jetzt? Dann bauen wir das mal auf. Bird Bench. Hier. Repair Bench. Stellen wir die da her. So. Und jetzt? Crafting. Was ist das? Savage. Ich möchte gerne die Wood Pig Eggs. Nö. Ich möchte gerne die hier. Da. Repair. Okay. Wir haben jetzt vier. Es ist eine Copper Pig Eggs. Ja. Aha. Okay. Super. Immerhin. Wir haben es repariert. Und hier. Und wenn ich das jetzt reparieren möchte. Zwei Wood. Yeah. Super. Würde ich mal sagen. Passt. Wir bauen eine Hose. Sehr schön. Finde ich gut. Moment. Bevor du es. Nein. Bevor du es kaputt machst. Nur mal reinschauen. So. Ja. Meine Lieben. Ich würde es aber gerne weitermachen. Aber. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.